Hallo bei den Spielzeugtestern! Wir können nicht so laut brüllen, weil wir sind jetzt bei Teddy und machen eine Challenge. Und zwar dürfen sich die beiden Mädels für jeweils 15 Euro sowas aussuchen. Beide haben sich bewaffnet mit Körbchen und ich würde sagen, jetzt geht's los. Wow! Aber guck auf den Preis und merk dir das. Fünf Euro schon? Oder sechs. Ne, fünf. Fünf und sechs da drunter. Ja, das ist nicht deutsch. Ich meine, du merkst dir das. Du kannst ja nachher immer nochmal austauschen. Ja. Das ist wirklich schön. Der ist wirklich schön. Der andere ist auch schön da mit den... Zwei Euro. Finde ich das voll okay. Der mit den Streifen ist auch schön. Oh, ja, ein rosa. Das ist ein Ding voll schön. Ja. Finde ich gut. Passt bei einem Tag immer so einfach zumal. Zwei Euro gegen fünf Euro. Ja. Dann muss man ja glas auf genau den gleichen. Was? Das da? Ja. In der Farbe? Ne, in der anderen Farbe. Das ist gut. Das sind wie die Emelie. Das ist gut. Schön. Warum darf ich eigentlich nicht mitmachen? Das ist voll unfair. Nur weil ich filmen muss. Ach, tatsächlich. Ein Gaming-Radigummi. Kann man hier eigentlich auch Geschenkekörbchen machen? So zum Geburtstag? Weil hier gibt es voll viel Schnickschnack, ne? Ja, das finde ich ja auch so... Mama, ein Sticker. Ja. Look it. Katzen. Ne. Was soll ich mit solchen komischen bunten Punkten? Sticker. Oder sind das Smileys? Ne, brauche ich aber nicht. Das sind ja richtig. Oh, du wolltest einen Laden, der Puppets hat. Ein Knubbelball. Ne. Oh. Doch. Hä? Aber er flüchtet vor dir. So wie deiner, nur ein Mini-Mini. Was ist das, eine Katze? Oder ein Hund? Das ist ein Hund. Der sieht auch cool aus. Der ist witzig. Na. Hi. Hi. Steht Mama draußen und quasselt. Ja. Ja. Mama, welchen? Ähm. Den grün. Den grün? Ja. Wir haben noch einen gelben. Nö, den grün. Warum fragst du mich überhaupt? Den grün. Okay. Antistress-Banane. Oh mein Gott. Da. Okay, die ist nicht gut. Die ist, glaube ich, auch schon durchgeknetet, die, die du da hast jetzt. Hier, nimm mal eine frische, eine frische Banane. Die sind nicht gut. Nee, nicht wirklich. Nee. Das ist so gut. Wie kann man Stunden? Ja, dann... Das hat mich nach einer Zeit Akku gemacht. Weil du es nicht geschafft hast. Wir sind in der Kunstblumenabteilung und Badeschwemmel. Ich brauche keinen, ich habe einen zu Hause. Oh. Wie heißt der noch? Pepper Pig. Pepper Pig. Pepper Pig. Hast du gerade gesagt, wie heißt der nochmal? Ja, ist Pepper Pig ein... Das ist ein Mädchen. Pepper Pig ist ein Mädchen? Ja, und Schorsch ist der Junge. Ich dachte, du redest von Schorsch, von einem Regenwurm gerade von... Nein, das ist Schorsch. Okay, ich habe gedacht, Pepper Pig werden Junge. Lernen wieder was dazu. Lieber, tiefer. Oh, der Schwamm ist auch schön. Regenwurm schwamm. Oh mein Gott, ist der weich. Oh, guck dir den an. Oh. Ganz viele kleine drinne. Knock, knock, knock. Ganz viele kleine war es. Lollis? Ja. Ach was. Was ihr alles wisst. Oh, ich nehme ein. Das sieht aus wie ein Ei. Fast ein bisschen. Das ist ein Ei. Ernsthaft? Das ist ein, kann ich dann zur Schule. Mach was du willst, das ist deins. Dann bist du jetzt bei 10, ne? Bei 11 Euro. 11 und 8, okay. Nee, nicht für dich selbst. Da unten sind auch immer noch Sachen, ne? Ihr guckt immer nur auf der Etage, wo ihr seid. Komm, das ist doch die beste Lieferung. Ist auch super gestimmt. Ja. Die sieht schön aus. Ja. Guck mal, da sind sie auch in grün noch. Ja, ich bin so ganz schön. Da sind A. Da nehme ich lieber schwarz. Echt? Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich weiß. Bin ich wieder komisch? Nö. 9, 10, 11, 11, 11. Ich habe jetzt die beiden nochmal. Die sind auch schön. Ja. Richtig schön neon. Ihr habt euch jeder schon einen, oder nicht? Ja. Ja, aber dann haben wir jetzt twins. Wir zeigen euch nochmal kurz aus der Nähe, was die beiden bei Teddy mitgenommen haben. Wir fangen jetzt einfach mal bei Mia an. Und ich filme euch. Warte. Die Krake da, die gehört zu Hannah, ne? Ja. Und die Klatschhand ist deine? Das ist meine. Ja. Okay. Ich hab mal rot. Klatschhand. Sticker. Oh, der ist süß. Den habe ich gar nicht gesehen, dass du den mitgenommen hast. ein Notizheft, die Wasserbuddel, zwei, sind das Squishies, oder wie nennt man die? So, das sind alle Stressbänder. Okay. Und ein Puppet. Den habt ihr beide, ne? Macht mal nebeneinander. Dann mal die gleiche. Warte, das Gesicht zu mir. Alter, das Auge. Die Zähne. So, und Hannah hat auch die komische Klatschhand. Ich hab'n Magnet. Oh, ich würde fast sagen, das ist meiner. Ach so. Ne, das gehört hier rein. Da. Oh. Das kannst du da durchpiken und dann hast du einen Anhänger. So, dann hat sie hier noch so eine Puppet-Tasche. So ein Geduldsspiel, was Mia schon mal kaputt gemacht hat, weil sie die Geduld verloren hat. Zwei so komische Spiegeleier. Ja. Ja, und den Manneken. Und den, zeig' ich mal den Puppet nochmal. Das ist ein Tintenfisch. Und auch so ein Tintenfisch. Ja. So eine Krakel. Man kann den eigentlich umstippen. Ja. Man kann den hier umstippen, sondern aber eigentlich nicht. Man macht eigentlich nur den. Die, 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 die Klatsch. Klatsch, ja. Und dann wollen wir gleich ein Five machen. Ja, und dann bleibt er an deiner Brille kleben. Pass mal, wie kippt du das. Ja. Guten Tag. Der ist so richtig glücklich. Ach, der hat von beiden Seiten Hände, ne? Ey, lass mein S da liegen. Ja. Ui. Klatsch. Ich ziehe. Komm. Ich will in meiner Verpackung bleiben. Es ist so gemütlich. Ich will nicht rumgeklatscht werden. Ich muss doch mal halten. Oh. Das kann nicht tun. Nein. Ich gebe mal lieber ein Stück zurück. High Five. High Five. Uh oh. Was passiert, wenn die sich umeinander tüdeln? Dann kriegt die... Nicht in die Haare, Schnucki. High Five. High Five. Aber... Und auch nicht an die Wand, bitte. High Five. Oh mein Gott. Die gehen so langsam in die Wand runter. Hey. Fass. Was kannst du zum Mülleinsammeln benutzen? High Five. High Five. Hatsch. Wir machen jetzt... Wir sind verliebt. Wir sind verliebt. Nein, mach mal ganz kurz. Oh. Mano. Oh. Tissi. Tissi. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das klang jetzt gar nicht einstudiert. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.